Ich begrüße heute Markus Fiedler bei mir im Stream und wir reden wieder über die Wikipedia. Hallo Markus. Hallo Konstantin. Oder wie soll ich dich nennen? Also du nennst dich jetzt Agitator der sozialen Marktwirtschaft, alle nennen dich nur Agitator. Als was möchtest du denn gerne angesprochen werden? Das ist mir relativ egal. Ich muss mich Agitator nennen. Hast du ein eigenes Pronomen dir inzwischen ausgesucht? Ja, darüber können wir dann glaube ich nachher noch ein bisschen reden. Wir wollten ja erstmal über die Wikipedia reden. Wir hatten ja schon mal ein Gespräch darüber geführt. Und da ging es eigentlich die ganze Zeit um zwei organisierte Gruppen, oder was heißt organisierte Gruppen, um zwei Gruppen, die auf jeden Fall in der Wikipedia aktiv sind und die Artikel dort in Richtung ihres Weltbildes manipulieren. So hast du das letztes Mal zusammengefasst. Welche Gruppen sind das nochmal? Und was haben die genau vor? Fass nochmal zusammen, was wir im letzten Talk ein bisschen länger besprochen haben. Genau, also zwei Gruppen, die sich auch thematisch überschneiden. Das ist zum einen die sogenannte Transatlantifa, so haben wir sie genannt. Also Leute, die sich im linken, linksaußenspektrum, linksradikalen Spektrum wehnen, also irgendwie der Antifa auch teilweise zuordnen, aber in Wirklichkeit das Transatlantische Bündnis stark transportieren in die Wikipedia. Ja, Transatlantisches Bündnis würde heißen, das sind Rechte und Neokon-Thesen, die da eingebaut werden. Also zum Beispiel, wo wir aus dem linken Lager sagen würden, das sind Angriffskriege im Nahen Osten, da sagen die, das sind Interventionskriege. Also da wird dann so ein Neusprech eingeführt. Genau in der Richtung geht das halt auch. Also diese Leute transportieren knallhart das Narrativ des Transatlantischen Bündnisses. Das heißt, NATO total toll und Russen total doof, wenn man es mal so auf den Punkt bringt. Das ist deren Teil und das ist also ein sehr auffälliges Lager. Wir hatten so ein paar Akteure aus diesem Lager. Das eine war der Co-Pilot, so tauchte er auch in meiner ersten Doku auf. Das andere war der Vieh zum Beispiel, die beiden kennen wir. Also der Co-Pilot ist der, na wie heißt der nochmal, das ist der Gerhard Sattler aus dem Bereich von Osnabrück und der Vieh ist der Philipp Heide aus dem Bereich Hamburg. Und genau, also die beiden sind sehr auffällige Editoren gewesen, deswegen haben wir sie auch in der Doku de-anonymisiert, weil an ihnen ein erhebliches Interesse der Öffentlichkeit besteht, gerade weil sie die Wikipedia halt ganz, ganz stark politisch manipulieren. Genau. Und dann gibt es ein weiteres Lager, das ist das Lager der sogenannten Skeptiker, also der selbsternannten Skeptiker. Also sie behaupten, sie wären skeptisch, aber naja, also man müsste sie eigentlich, wenn das Wort nicht schon anderweitig belegt wäre, müsste man sie als Scientology bezeichnen, also als Scientologen. Sie sind wissenschaftsgläubig. Und zwar erleben wir, dass derzeit ganz häufig die Wissenschaft missbraucht wird. Das heißt also, jemand behauptet, er betreibt Wissenschaft, aber in Wirklichkeit, was er macht, ist politische Agitation. Also das kann man zum Beispiel, ich habe das auch auf Twitter jetzt mal kommentiert, das heißt also immer, wenn zum Beispiel an Herrn Professor Quaschning, der sich ja als Klimawissenschaftler, glaube ich, bezeichnet oder irgendwie in diesem Bereich aktiv ist, ich möchte mich jetzt da nicht festlegen, also irgendwas macht er mit Klima. Also das heißt also, er hat eine Professur und jetzt würde man ja denken, alles das, was er äußert, ist wissenschaftlich fundiert. Ja, das Problem ist aber, wenn ich als Naturwissenschaftler oder überhaupt als Wissenschaftler arbeite, beschäftige ich mich mit Zahlen, Daten, Fakten. Was ich nicht mache, sind politische Forderungen zu äußern. Das heißt also, wenn dann so Aussagen kommen wie, ich glaube zuletzt war das gerade in Indien, sind jetzt aber irgendwie 53, irgendwas gerade gemessen worden, das war noch nie so heiß da und da können jetzt gar keine Menschen mehr leben, sinngemäß. Und wir müssen jetzt was dagegen tun. Und dieses und wir müssen jetzt was dagegen tun, gehört nicht zu dem wissenschaftlichen Teil. Da kann man sehen, okay, das sind Aktivisten, die da was in der Richtung sagen, aber es ist also nicht primär Wissenschaft, was da passiert. Wobei, das sagt doch noch nichts über die Qualität Ihrer wissenschaftlichen Arbeit, ob Sie hinterher politische Forderungen stellen. Ich meine, das sind ja zwei Bereiche, die könnte man doch getrennt voneinander betrachten. Ja, das müsste ich aber auch trennen. Also wenn ich mich als Biologe äußere, dann äußere ich mich innerhalb meines Faches und ich verbinde das nicht mit politischen Forderungen. Das müsstest du mal bei mir abklopfen, ob ich da eventuell irgendwann mal über die Stränge geschlagen bin. Aber ich bemühe mich, das eben halt nicht zu machen. Das heißt also, auch wenn ich als Biologe zum Beispiel Äußerungen zum Thema Covid-Impfung mache, dann bleibe ich da innerhalb des Bereiches, der mein Fach ist. Und als Journalist ist es natürlich auch meine Aufgabe, in diesem Fall als Wissenschaftsjournalist, ist es ja meine Aufgabe, halt auch den Verbraucher zu schützen. Also dass es immer von dahin ausgeht. Das heißt also, ich spreche dann Warnungen aus. Ich würde zum Beispiel nicht aussprechen, irgendwelche Empfehlungen zu machen. Das darf ich auch gar nicht. Also ich darf nicht sagen, liebe Leute, geht hin und lasst euch mit allem möglichen Kram impfen und sowas. Das ist super toll und das ist super, super genial. Das ist nicht meine Aufgabe als Journalist, das ist auch nicht meine Aufgabe als Biologe. Als Biologe gucke ich mir an, was ist das für ein Ding? Gibt es da irgendwelche Probleme bei dieser Impfung? Und wenn ich was gefunden habe, dann ist es meine Pflicht, als Journalist das zu veröffentlichen und zu sagen, ich würde da lieber nochmal nachdenken. Fragen Sie mal einen Arzt oder Apotheker oder irgendjemand, der sich damit auskennt. Also eine Warnung auszusprechen, das ist das Ding. Aber ich sage nicht, wir müssen jetzt aber eine Gesetzesnovellierung machen, die folgende Inhalte hat. Das ist ja immer das, was wir zum Beispiel bei einem Herrn Quaschning und sowas sehen halt. Das heißt also, da sind immer politische Forderungen mit verknüpft. Wir müssen jetzt aber ganz schnell politisch handeln. Wir müssen CO2-Zertifikate oder was auch immer. Also ich will mir jetzt nicht festlegen, dass es jetzt von Ihnen kam, aber solche Sachen kommen ja immer in der Forderung drin vor. Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Nee, natürlich nicht. Das meinte ich auch. Ich meinte nur, dass das jetzt noch nichts über die Qualität seiner wissenschaftlichen Arbeit aussagt, die er ja auch macht, dass er auch politische Forderungen stellt. Also das ist dann sozusagen die Kommunikation, die er da macht. Und diese Scientology-Leute, also die Skeptiker, diese Skeptiker, die referieren darauf und sagen, aber das stimmt. Ein Experte hat gesagt, dass Covid-Impfungen aber total toll sind, deswegen sagen wir das jetzt auch. Und wir haben jetzt die Weißheit mit Löffeln gefressen und alle anderen, die was anderes sagen, ungeachtet ihrer wissenschaftlichen Qualifikationen, sind quacksalber. Und das sieht man bei denen ganz häufig. Das heißt also, sie haben ein festgefahrenes Weltbild. Dazu gehört zum Beispiel, dass diese Impfungen super toll sind. Die sind ja auch Transhumanisten. Und jetzt weiß ich ja als Genetiker, diese Impfungen sind in Wirklichkeit, also man würde es auf Euphemismus sagen, das ist eine Gentherapie. Reden wir Klartext, das ist eine Genmanipulation. Und zwar per Definition auch im alten Gesetz. Also wenn man jetzt das alte Gentechnikgesetz sich durchliest, dann entspricht das exakt der Definition. Also jeder, der sich impfen lässt, in Anführungsstrichen, ist dann danach ein transgenes Lebewesen. Und dieses Gentechnikgesetz ist ein Sicherheitsgesetz. Das heißt also eigentlich müssten die Leute, die sich haben impfen lassen, müssten also ständig mit so einem Bio-Hazard-Bubble auf dem Stirn rumlaufen. Und sie müssten vorher, bevor sie einen Fuß vor die Tür setzen, müssten sie bei der zuständigen Bundesbehörde anfragen, also ob sie selbst in Verkehr gebracht werden dürfen. Ich übertreibe, ist das nicht so, oder so steht es da wirklich drin. Das heißt also, alles was ich per Definition, das ist glaube ich Paragraph 3, Absatz 3 war das. Ja, vom alten Gesetz. Von dem alten Gentechnikgesetz, genau. Also von der Ursprungsform. Das ist heute immer noch so, aber da haben sie jetzt den Menschen ausgenommen. Das heißt also, es gilt dann für alle Lebewesen, nur nicht für die Menschen. Das ist natürlich mit Hintergedanken gemacht, weil das kam irgendwie 2004 oder was in die Richtung. Und da, ja, also da war wahrscheinlich schon klar, dass es irgendwie sowas geben wird, wie Genmanipulation, Gentherapie und solche Geschichten. Und dann wollten sie da halt einen Riegel vorschieben, dass jetzt nicht jeder halt beim Bundesamt für, also was auch immer das für ein Bundesamt dann ist, dann halt anfragen muss, ob wir denn in Verkehr gebracht werden darf. Auf jeden Fall, genau, also die Skeptiker fänden das ganz toll. Und wie gesagt, die sind ja auch für Transhumanismus, was ja dann zum Beispiel Genmanipulation mit beinhaltet. Oder Zuchtprogramme, wie auch immer man das dann sieht. Und die, ja, transportieren halt ihre Weltsicht in die Wikipedia. Dazu gehören solche Sachen wie zum Beispiel Sterbehilfe und solche Sachen, ist bei denen auch ganz toll, ganz hoch im Kurs. Also über Sachen, über die wir uns vielleicht aufregen würden, wenn zum Beispiel in Kanada jetzt Obdachlose dahin genatscht werden, dahin geschubst werden, dass sie doch mal drüber nachdenken sollten, ob sie nicht vielleicht ihrem Leben professionell ein Ende setzen. Da gibt es doch jetzt Möglichkeiten und solche Sachen. Das läuft doch da ganz offiziell unter dem Stichwort Euthanasie, weil das im französischsprachigen ja auch das Wort für Sterbehilfe ist. Dann, ja, dann finden das aber die Skeptiker total toll. Ja, also da läuft es uns kalt über den Rücken runter. Das haben ja auch wirklich schon Zeitungen im Mainstream gesagt, dass es also einen sehr starken Geruch von Nazi-Propaganda hätte, was da in Kanada gerade läuft. Das ist aber nicht so bei den Skeptikern. Die finden das alles total super. Und genau so ist es halt auch so, dass viele Sachen, wo halt Eugeniker unterwegs sind, das finden die auch super. Warum? Tja, also Transhumanismus ist ja nichts anderes als Eugenik. Das ist das Gleiche. Das ist nur ein schönes neues Wort. Also du wirst wahrscheinlich Julian Huxley kennen. Das ist ja der Bruder von Elders Huxley, Brave New World. Und Julian Huxley war Vorsitzender der britisch-eugenischen Gesellschaft und er hat das Wort Transhumanismus geprägt, muss man dazu sagen. Und jetzt mach mal ein neues Fass auf. Da würde ich einfach auf einen meiner Artikel bei Apollut verweisen. Ich habe das mal, wie habe ich das genannt? Transhumanismus am Horizont, glaube ich. Oder die Dystopie des Transhumanismus am Horizont, findet man da bei Apollut. Also das ist reichlich bequält und man, also es ist düster. Ja, also kann man nicht anders sagen. Genau, und diese Skeptiker sind ziemlich gut organisiert. Wir werden da auch nochmal das weiter aufbohren, Dirk und ich. Also Dirk Pohlmann, der Art und Journalist, mit dem ich hier zusammenarbeite. Das ist jetzt von ihm wieder mal reingebracht worden. Also ich hatte ja irgendwann mal die Skeptiker aufgemacht. Jetzt bohrt er das weiter auf, diese Geschichte. Und wir beschäftigen uns jetzt, haben wir auch in der letzten Sendung gemacht, mit dieser Susan Gurbitsch. Das ist eine Frau, die vor allem in den USA sowas macht wie Guerilla-Skepticism. Und die rekrutiert Leute, damit die Wikipedia in eine ganz bestimmte Richtung manipuliert wird. Und das machen die auch ganz offiziell. Interessant ist, dass die da relativ freie Bahn haben. Also da müsste man sich fragen, normalerweise müsste doch YouTube oder die Wikipedia-Foundation oder sowas, müsste da eigentlich einen Riegel verschieben, weil genau solche Interessensgemeinschaften sind ja eigentlich nicht gewollt. Ich will ja eigentlich ein objektives Lexikon da entwickeln lassen. Aber anscheinend kriegen die da freie Bahn. Wieso tut da niemand was gegen? Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben ja inzwischen festgestellt, dass die Wikimedia-Foundation ja auch Schlagseite hat. Sie bietet ja die Wikipedia quasi als Faktenchecker an und wird ja auch in allen möglichen Ländern als Möglichkeit angeboten, um die Meinung in der Bevölkerung zu ändern. Ja, also es gab ja diese Geschichte, dass zum Beispiel, wo war denn das, in Kasachstan, glaube ich, war das. Da haben die also eine Foundation aufgemacht, ich glaube, Wikipedia hieß das. Und das war dann auch die angeschlossene Wikipedia hat dann also dieses Kasachisch als Sprache gehabt. Also das wurde halt neu eingeführt. Das nächste war, dass der Gründer der Wikipedia, der, tja, wie heißt du nochmal? Liffenmann, ich verbringe den Namen immer. Tada. Ja, genau, genau der. Wer fällt da gleich ein? Also nachdem er da irgendwie so eine Pornosuchmaschine aufgemacht hatte, hat er ja irgendwann gedacht, okay, das mache ich jetzt nicht mehr. Dann hat er also dann dieses Lexikon aufgemacht, also den Vorläufer von Wikipedia aufgemacht. Und dann kam ja irgendwann der Larry Sanger und sagte, nee, das müssen wir mal irgendwie ein bisschen anders aufsetzen. Das sind keine Profis, die hier schreiben, wir machen das von Amateuren. Das heißt, wir geben das für Amateure frei. Jimmy Wales hieß er. Jimmy Wales, genau. Und Jimmy Wales hat auch, also das, sehr interessante Sachen. Also er hat dann, glaube ich, irgendwie die Sekretärin von Tony Blair geheiratet. Also die beiden sind da unterwegs. Und er ist immer mit den Reichen und Schönen unterwegs, kann man sagen. Ist auch bei der Ashokov Foundation gewesen, also ist da geschult worden. Die Wikipedia hat eine sehr starke Schlagseite in Richtung Israel. Das kann man mögen, muss man aber nicht. Also ich bin immer auf dem Standpunkt, selbstverständlich kann Israel wie jeder andere Staat auch Werbung machen für den eigenen Staat. Kommen Sie her, können wir einen tollen Urlaub machen oder wir sind die Allertollsten. Das macht ja jedes Land für sich auch. Das gehört aber nicht in ein Lexikon. Und jetzt werden wir halt sehen, dass da massive Menschenrechtsverletzungen vorliegen, zum Beispiel jetzt in Bezug auf den Gazastreifen. Das zieht sich ja schon seit über 70 Jahren hin, die ganze Geschichte. Dann versucht ja Israel immer halt das eigene Tun möglichst im weißen Mäntelchen darzustellen und die anderen sind immer die Bösen. Und das entspricht halt nicht der Wahrheit. Das muss man einfach mal auf den Punkt bringen. So und das kann man natürlich wunderbar in die Wikipedia eintragen. Das heißt also, wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen. Und auch diese Art und Weise, wie man politisch agiert. Das heißt also, wenn jetzt jemand kommt und sagt, das sind aber Menschenrechtsverletzungen, dann steht sofort das Wort Antisemitismus im Raum. Und da kann man noch so differenziert da sagen, Moment mal, hier geht es gar nicht um Religion, hier geht es auch nicht um eine ethnische Zugehörigkeit, sondern hier geht es einfach um Menschenrechtsverletzungen. Und ihr habt eine rechtsextremistische Regierung an der Macht bei euch gerade in Israel. Was ist da los? Und das Problem in Israel ist halt, dass die Friedensbewegung in Israel herzlich klein ist. Also das ist ein verlorenes Häufchen, die ist ja noch kleiner als bei uns in Deutschland. Und obwohl auch der jetzige Präsident in Sachen Korruption unheimlich viel Leichen im Keller hat, müsste man ja sagen, ist der immer noch dran und der wird nicht abgesetzt. Es gibt zwar Demonstrationen auch in Israel, die den halt loswerden wollen, aber es reicht nicht, der politische Druck. Und die Israelis und egal ob jüdisch oder nicht jüdisch, die dann halt sagen, wir wollen das nicht, wir wollen Frieden haben, wir möchten ein friedliches Zusammenleben mit den Palästinensern haben, das sind dann Anti-Israeliten oder halt Antisemiten. So werden die dann halt im politischen Meinungskampf betitelt und das ist halt also ein ständiges Treten unterhalb der Gürtellinie. Und das gehört sich nicht, aber man macht das halt. Es geht ja bis dahin, dass zum Beispiel solche Leute wie Niret Sommerfeld und Rolf Verleger, letzterer Jahr auch ehemaliges Mitglied des Zentralrats der Juden, werden halt als Antisemiten diffamiert. Also unglaublich. Also in dem Moment, wo du friedensbewegt bist, das sind die beiden ja, dann musst du dir sowas gefallen lassen. Gut. Jetzt sind wir wieder in dem Bereich dieser Antifa-Geschichte. Also all das, diese Themen werden transportiert von dieser sogenannten Transatlantifa. Und in dem Moment, wo wir jetzt in dem Bereich sind von Transhumanismus und sowas in der Richtung oder generell, wenn wir in dem Bereich sind von Esoterik, dann sind da sehr häufig die Skeptiker unterwegs. Also die Skeptiker mögen zum Beispiel, was ich kann, eine Waldorfbewegung und sowas, das finden die total doof. Sie finden also Gott sowieso total doof, mögen sie gar nicht. Interessant ist, warum sie nicht gegen die Kirchen schießen. Das fand ich auch schon sehr bezeichnend. Vielleicht, weil sie da ein bisschen mehr Gegenwind bekämen. Also dann wäre da ganz schön viel Halligalli los. Aber es gibt eine ganze Reihe von diesen Skeptikern, die sind halt auch dem Satanismus zugetan. Das ist dann folgerichtig. Also sie sind ja nicht gläubig im Sinne von Gott gläubig. Aber sie scheinen also eine sehr starke Affinität zu haben zu irgendwelchen Satanskulten. Ja. Ja, ich glaube, über Skeptiker und auch über diese Transatlantifa können wir nachher noch mal ein bisschen reden. Aber wir waren gerade bei Jimmy Wales, also bei dem Gründer von der Wikimedia. Ist das richtig? Genau. Wem gehört aktuell die Wikimedia? Beziehungsweise welche Geldgeber stecken dahinter? Naja, offiziell sind das ja alles nur private kleine Leute. Und Großspenden gibt es ja eigentlich gar nicht für die Wikimedia. Wenn man ein bisschen genauer hinguckt, da hat der Hermann Plopper gute Arbeit geleistet. Es gibt sowas wie den Wikipedia in Residence heißt es, glaube ich. Das heißt, da ist also eine Firma, die hat also ein gewisses Interesse und die spendet dann Geld. Und davon kann jemand finanziert werden, der dann in der Wikipedia schreibt. Er soll natürlich objektiv schreiben. Aber ich kann natürlich als Geldgeber durchsetzen, dass bestimmte Themen beackert werden. Und allein dadurch kann ich halt einen bestimmten Bias setzen, also eine bestimmte Färbung. Das ist schon nicht mehr neutral. Also in Deutschland nimmt, das sind alles Zahlen von vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob das immer noch stimmt. Also ich glaube, acht Millionen nehmen die im Jahr ein an Spendengeldern. Das soll alles zum größten Teil kleine Spender sein, also Spender so wie du und ich. Die Frage ist halt, ob das, also ob das stimmt oder, also ich glaube das auch langsam nicht mehr. Sie sagen ja, sie brauchen das, um den Serverpark zu betreiben. Das stimmt alles gar nicht. Also sie nehmen viel, viel mehr Geld ein, als sie brauchen, um halt diesen Serverpark zu betreiben. Auch das, was sie an Arbeitsaufwandsentschädigungen ausgeben für Leute, die zum Beispiel Fotografien machen und sagen, ich möchte mir mal hier ein Kameraequipment sponsern lassen. Das gibt es ja alles in der Wikipedia, das kann man auch machen, aber das sind ja alles Peanuts im Vergleich zu dem, was sie da einnehmen. Das heißt also, sie nehmen viel mehr Geld ein, als sie ausgeben. Für uns steht immer die Frage im Raum, inwieweit beschäftigen die halt auch Anwälte, um zum Beispiel ihre Sicht der Dinge da durchzudrücken. Das heißt also, wenn du jetzt als Privatmann irgendwie diffamiert wirst und du sagst, also Wikipedia, das geht ja so, so machen wir mal gar nicht. Oder ich habe hier einen einzelnen Autoren schon rausgepult und ich weiß, der hat in den Blödsinn eingetragen. Der kommt jetzt vor Gericht. Das ist die Frage, inwieweit wird der unterstützt von der Wikimedia Foundation? Also entweder von der deutschen Wikimedia e.V., was ja dann halt ein vereingetragener Verein ist, oder von der amerikanischen Wikimedia Foundation. Das ist eine interessante Frage. Also der werden wir auch als nächstes nachgehen. Und dann ist halt die Frage, wie ist es bei den Skeptikern? Gibt es da auch irgendwas, dass sie sich da halt irgendwie finanziell unter die Arme greifen lassen? Das sind so die Fragestellungen, die wir als nächstes haben. Ja, bei der Wikimedia Foundation, da ist interessant, dass die ein Reihenvermögen von über 200 Millionen Dollar hat. Und das Reihenvermögen, das ist die ganzen Jahre über konstant gewachsen. Also da wird ordentlich Geld verdient. Und die Wikimedia, der eingetragenen Verein hier in Deutschland. Das sind ja freiwillige Spenden. Also sie haben ein sehr gutes Standing in der Öffentlichkeit und sie bekommen konstant Spenden da mit rein. Und das Geld legen sie entsprechend an. Das Geld arbeitet dann für sie. Finde ich ja auch immer so. Das ist eine interessante Geschichte. Da bin ich ja wahrscheinlich dann auch viel zu links aufgestellt, als dass ich nicht erkennen würde, dass also Geld als solches nicht arbeiten kann. Also stelle ich mir auch super vor. Ich mache einfach meine Arbeit nicht mehr. Ich lasse die Geldscheine für mich, meine Artikel tippen oder sowas in der Richtung. Ja, das ist natürlich Nonsens. Genau, also sie investieren das Geld in irgendwelche Aktien, was auch immer. Das weiß ich nicht genau und bekommt dann halt irgendwelche Renditen natürlich dabei raus. Was am Ende noch steht, ist sowas wie dieses Fernziel. Das ist Wikidata. Wikidata ist ein Projekt, was diese Sprache, also unsere Sprache, computerverständlich macht. Und zwar nicht in der Form, dass der Computer erkennt, welches Wort du gesagt hast. Da sind wir schon lange. Also dein Handy kann ja, da drückst du auf Aufnehmen und du sprichst mit einem Satz und sag mal, hast du so irgendwo 95-prozentige Sicherheit, dass die Wörter auch so richtig erkannt werden, wie du sie gesprochen hast. Und dann gibt das Handy halt die Wörter so nacheinander ein und dann kannst du halt sehen, dass es das Handy mitschreibt, was du gerade erzählt hast. Ne, also Wikidata geht dahingehend, dass du quasi in jeder Sprache einen Gegenstand entsprechend Text oder mit Daten versehen kannst. Das führt dazu, dass diese Sprache computerverständlich wird. Das heißt also, Tisch ist dann für den Computer klar. Das ist also ein Gegenstand, wo du was drauf ablegen kannst. Der hat mindestens ein Bein, können aber auch fünf oder zehn Beine sein, ist egal. Und das heißt, der Computer weiß mit diesem Wort Tisch etwas anzufangen. Und kann halt auch semantisch gucken, was du da wirklich gesagt hast. Also ist es jetzt, dass du sagst, es ist eine Bombenstimmung gewesen gestern bei der Party oder willst du da vielleicht um 8 Uhr abends am Bahnhof eine Bombe zünden? Das ist durchaus relevant, weil wir haben jetzt, übrigens auch in Kanada gab es auch diesen Fall, das war jemand, der ist sozusagen in die Rasterfahndung gekommen, war arabischer Herkunft, hat etwas gesagt, was vollkommen falsch verstanden wurde vom Algorithmus und dann rückt dann tatsächlich in diesem Falle noch die KSK aus Fleisch und Blut aus, also irgendein Einsatzkommando, tritt bei ihm zu Hause die Tür ein und nimmt den erstmal mit, bevor die mitbekommen haben, dass das alles totaler Blödsinn war. Und da wird es hingehen. Also wir sind hier schon wieder bei dem Thema Transhumanismus. Also die ganze durchtechnisierte Überwachung, automatisierte Überwachung und am Ende, ich befürchte ja, dass es auf so ein Szenario rauslaufen wird, wie so in Richtung Terminator. Das heißt also dann, wenn dann hier tatsächlich demnächst Roboter oder Drohnen bei dir an eine Tür anklopfen und im Zweifelsfall die Tür aufspringen und dich mit nach Hause nehmen oder direkt umnieten. Also das ist ja genau das, worauf es hinauslaufen wird. Ja, das wird auf jeden Fall noch spannend zu sehen. Spannend, spannend ist ein nettes Wort. Also genau, Wikipedia als Teil dessen, dass sie halt Sprache maschinenverständlich machen. Und also Wikipedia ist so ein Januskopf. Das heißt also, du hast da wirklich ein zweischneidiges Schwert. Das eine sieht total toll aus. Sie machen irgendwas, was öffentlich so aussieht wie eine Enzyklopädie. Ist in vielen Teilen, haben wir schon gesagt, in Wirklichkeit ein Propaganda-Instrument. Das heißt, es werden keine Informationen, sondern gezielt Desinformationen gestreut. Und auf der anderen Seite, selbst wenn das nicht der Fall wäre, also wenn das alles tippitoppi in Ordnung wäre, ist es trotzdem halt noch ein Instrument, um halt diese Maschinenverständlichkeit der Sprache einzuführen. Was dann auch ein sehr gruseliges Projekt ist. Das heißt also, wir werden nach und nach unserer Machtposition beraubt als Menschen und die Maschinen übernehmen dann. Ja, was ich zu diesem eingetragenen Verein in Deutschland noch sagen wollte, der ist tatsächlich gemeinnützig. Also die haben dadurch Steuervorteile, was auch interessant ist. Das heißt also, alles, was sie eingenommen haben, müssen sie nicht versteuern. Ja, was auf der anderen Seite nicht so ist. Also die Nachdenkseiten oder Campag, die haben ihre Gemeinnützigkeit aberkannt bekommen. Genau, das ist zum Beispiel das, was ich, also bei Campag würde ich sagen, okay, das war immer relativ kritisch, aber was die Nachdenkseiten anbelangt, da frage ich mich wirklich, was soll das? Also das ist ja, also sie sind ja wirklich gemeinnützig in dem, was sie da tun. Und sowas wie die Amadeo-Antonio-Stiftung, die ist dann, die ist immer noch gemeinnützig, die darf das weitermachen. Also wir sehen, dass diese Gemeinnützigkeit genutzt wird, um politischen Druck auch auszuüben. Das heißt, ich kann allein durch die Verteilung Gemeinnützigkeit oder Nicht-Gemeinnützigkeit, kann ich schon steuern, in welche Richtung dieser Staat gehen soll. Und im Moment sieht es so aus, dass der Staat nicht in eine gute Richtung läuft, kann man einfach mal so sagen. Ja, und das müsste man sowieso mal anders regeln. Also da müsste man entweder sagen, die politische Ausrichtung spielt keine Rolle, auch explizit politische Inhalte dürfen gemeinnützig sein. Oder man sagt, solche Zeitungen, solche NGOs, die dürfen halt gar nicht gemeinnützig sein. Also entweder müssen alle gemeinnützig sein, egal welcher politischen Einstellung sie folgen, oder gar keiner. Also das wäre da eigentlich die einzig vernünftige Regelung. Genau, also wenn du dich irgendwie um die Demokratie verdient machst, müsstest du eigentlich gemeinnützig sein. Das heißt also, wir neuen Medien fördern ja die Meinungsfreiheit. Und auch so, wie es vom Verfassungsgericht früher angedacht war, ich erinnere an das Bundesverfassungsgerichtsurteil Nummer 7 oder auch Nummer 5, wo es um öffentlich-rechtlichen Rundfunk ging und wo es auch um die Meinungsfreiheit ging. Und man sieht, sie haben es ja damals wunderbar formuliert. Also der Staat und auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, sie haben den Auftrag, einen Meinungsraum zu schaffen, einen Marktplatz der Meinung nennt es Dirk Polmann immer, und der geht von ganz, ganz links bis ganz, ganz rechts. Das heißt, sie müssen alle Meinungen in der Gesellschaft, müssen sie abbilden. Sodass ich eine Chance habe, einen Überblick als Zuschauer zu bekommen, was gibt es da noch für Meinungen zu einem Thema. Und genau das tun sie ja nicht. Also weder die öffentlich-rechtlichen Medien machen das, noch überhaupt ist es so, dass der Staat einen Marktplatz der Meinung erstellt, weil, tja, also es ist nicht gewollt. Das heißt also, sie wollen in eine ganz bestimmte Richtung. Wenn du jetzt sagst zum Beispiel, ich hänge an diesem Nationalstaat, ich möchte schon, dass der aufrechterhalten bleibt. Das kann man ja aus verschiedenen Gründen sagen. Zum Beispiel aus dem Grund, dass man sagt, also Demokratie ist erstmal nur in einer etwas kleineren Einheit durchsetzbar. Wenn das Ganze auf EU-Ebene geht zum Beispiel, ist meine Einflussmöglichkeit als einfacher Bürger immer, immer kleiner. Und die wird am Ende so klein, dass sie nicht mehr ausschlaggebend ist. Und dann haben wir solche Leute wie von der Leyen, die da irgendwie hingesetzt werden und die sind nicht gewählt. Die werden da einfach irgendwie reingelobt in das Amt und du kannst es als einfacher Mann nicht beeinflussen. Alleine schon deswegen könnte man auf die Idee kommen, dass der Nationalstaat vielleicht eine gute Sache ist. Und dann gibt es halt auch die anderen Leute, die dann halt sagen, so was ich wie die Volt-Partei, ich habe es zuletzt gesehen, die wollen die Vereinigten Staaten von Europa haben. Prost, Wahlzeit. Ja, bei der Volt-Partei, da ist es auch interessant, sich mal die Spender anzusehen. Da ist beispielsweise die Open Societies Foundation drunter gewesen. Nein, wer hätte das denn gedacht? Und wer noch? Erzähl. Das wusste ich jetzt, aber wer ist noch daran beteiligt? Nee, das ist jetzt der Großspender, der die letzten Jahre da immer wieder aufgefallen war. Deswegen hatte ich den gerade noch im Kopf. Ja, und wenn du jetzt den Namen George Soros erwähnst, im Zusammenhang mit umstürzlerischen Tätigkeiten, zum Beispiel in der Ukraine oder jetzt bei der Volt-Partei würde ich das ähnlich sehen. Das heißt, er investiert immer in solche Strömungen, die halt, sagen wir mal, die Revolution sich auf die Fahnen geschrieben haben. Dann steht aber sofort das Wort Antisemitismus im Raum, weil der Herr auch zufliegerweise jüdischen Glaubens ist. Ja, dass das absurd ist, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr drüber reden. Aber es zieht, es zieht. Ja. Also ich meine, ich habe das ja mitbekommen, dass es geht jetzt irgendwie bei euch in eurer Blase um die Frage, wer ist denn jetzt links und wer ist rechts? Und du wirst irgendwie da angedacht, dass du mit rechten Leuten kommunizierst. Das ist für mich die Frage, wer ist denn das alles? Also bin ich jetzt auch schon rechts oder sowas in der Richtung? Also spätestens nachdem du das gerade über Wikipedia gesagt hast und da die Antifa erwähnt hast. Also du meinst ja diese antideutsche Antifa damit hauptsächlich. Das sind ja keine anti-imperialistischen Antifas. Es gibt ja keine Antifa. Es gibt ja keine Antifa. Also die Antifa, die wir damals gut waren, die gibt es ja nicht mehr. Also die Antifa der 80er ist weg. Das hat sich in den 90ern in diese antideutsche Bewegung transformiert. Und das, was du jetzt noch als Alt-Antifa siehst, die tauchen dann meistens irgendwie so als, ja weiß ich nicht, als irgendwie so Altkommunisten auf oder irgendwie sowas oder die Freie Linke oder was das dann ist. Das sind dann halt so die ewig gestrigen aus der linken Bewegung. Die sind ja nicht mehr relevant bei dieser Antifa. Die Antifa ist durch und durch eine vollkommen dogmatische und auch gefährliche Vereinigung. Die Leute sind der Gewalt zugeneigt. Das ist ja genau das, wovor wir immer waren. Tja, dann bist du doch nicht rechts, wenn du davor warst. Du bist einfach nur aufrechter Staatsbürger und sagst, Moment mal, also die Jungs verstoßen in Reihe gegen Recht und Ordnung. Und es gibt eine ganze Reihe an Grundgesetzartikeln, wo sie auch gegen verstoßen. Die müssen dringend unter Beobachtung des Staatsschutzes und des Verfassungsschutzes. Aber, tja, ne? Ja, und wir waren gerade schon bei unterschiedlichen Seiten. Wir waren bei Wikipedia, also bei Wikimedia e.V. in Deutschland, die gemeinnützig sind. Wir waren bei den Nachdenkseiten, die nicht gemeinnützig sind. Was ist denn jetzt, wenn du beispielsweise mit den Nachdenkseiten, das ist ja durchaus eine der seriöseren Zeitungen aus dem alternativen Medienmilieu und die auch schon sehr viel länger existiert. Was ist denn, wenn du dir in den Nachdenkseiten, wenn du die auf Wikipedia als Quelle angeben willst? Das kannst du machen, aber nur solange du nicht die üblichen Verdächtigen hast. Also, wenn du die Nachdenkseiten zum Beispiel nutzen möchtest, um einen Dr. Daniele Ganser, der ja Historiker ist, von irgendwelchen Anschuldigungen freizusprechen, die ja in Reihe auftauchen, er sei zum Beispiel Antisemit, da kommt das Wort wieder, oder Rechtsradikal oder das meiste ist ja Verschwörungstheoretiker, dann geht das nicht, weil dann nämlich nur bestimmte Quellen genannt werden dürfen. Und diese bestimmten Quellen sind, oh Wunder, alle irgendwie transatlantisch ausgerichtet. Die sind also alle irgendwie auch, also die haben ihre Leute in der Atlantikbrücke da drin. Also die hat ja mal die Anstalt, also diese Satiresendung in ihren guten Jahren, 2014 hat sie ja wirklich sehr, sehr gute Sendungen dazu gemacht. Ich glaube, das war der 29.04.2014, da kam diese Sendung, wo es halt um die ganzen Verstrickungen ging von der Zeit, also auch von dem Josef Joffe, wo der überall in irgendwelchen transatlantischen Thinktanks und Bündnissen da auftaucht und sowas. Ja, genau. Und dann hat er ja dagegen geklagt und hat er also wirklich mit wehenden Fahnen verloren. Also kann man nicht anders sagen. Diese Zeiten, dass das mal aufgedeckt wird, sind ja vorbei. Also um es auf den Punkt zu bringen, alle diese transatlantischen Medien sind erlaubt, alle Medien, die nicht transatlantisch sind, sind in der Wikipedia nicht erlaubt. Daraus ergibt sich die Färbung. Das heißt also, das ist das Einfachste, was du machen kannst. Wenn du willst, dass die Wikipedia streng gegen Russland ausgerichtet ist, dann verbietest du natürlich alle Medien, die da eine objektivere Sicht auf die Dinge haben und du förderst alle Medien in der Wikipedia, oder du lässt überhaupt nur alle Medien zu, die halt Russland-Bashing betreiben. Das geht ja so weit, also ich meine, du kannst es ja selbst jetzt noch in der Wikipedia nachlesen, dass das, was alles, was ich eine Strack-Zimmermann oder wer auch immer behauptet, dass das alles grober Mumpitz ist. Also wir gehen mal auf die Geschichte mit der Krim. Das kann man wirklich nachlesen. Die Frage ist, die in meinem Raum steht, wer hat die Krim okkupiert? Und wann war das? Und dann kriegst du als Antwort 2014 Russland von den üblichen Verdächtigen. Ist das falsch? Ja, natürlich ist das falsch. Die Jahreszahl lautet 1995 Ukraine. Ich glaube, das musst du mal ein bisschen genauer ausführen. Die meisten Zuschauer wissen gerade gar nicht, was du meinst. Ich weiß das nicht genau. Also 1995 plus minus zwei Jahre. Also irgendwas zwischen 1995 und 1995 war das. Also die Sowjetunion bricht auseinander. Es entstehen die GUS-Staaten, die sich in einem losen Staatenverbund also mehr oder minder selbstständig da machen. Und die Krim hat sich als selbstständiger Staat im Rahmen der GUS deklariert. Da gab es eine Abstimmung und das war mit auch nahe 90 Prozent, haben die abgestimmt, irgendwas mit 88, irgendwas mit klar. So und die haben gesagt, wir möchten selbstständig sein und wir sind ein selbstständiger Staat im Verbund dieser GUS. Und dann hat die Ukraine gesagt, das läuft so nicht. Und dann sind die einfach mal einmarschiert, haben den Präsidenten vergiftet, also haben militärisch eingegriffen, haben die Krim militärisch okkupiert. Also das heißt, das sind Besatzer, ja, die sind gewaltsam dort eingedrungen, haben also die Regierung abgesetzt. Der vergiftete Präsident konnte in Moskau noch im Krankenhaus dann wieder gerettet werden. So, das ist der Hintergrund. So, und wenn ich jetzt natürlich weiß, dass so ein Hintergrund da ist und die Krim niemals zur Ukraine gehören wollte. Und jetzt schwulen wir vor auf 2014. Russland hat ein Interesse an der Krim, das ist klar. Da sind also militärische Anlagen und sowas, das wollen die natürlich im Inland behalten und auf gar keinen Fall an die Ukraine oder auch die NATO dann abgeben mittelbar. So, und wie machen sie das? Sie brauchen nur sicherzustellen, dass es ein weiteres Votum gibt und dieses Votum eben nicht durch militärische Kräfte der Ukraine gestört werden kann. Sie brauchen überhaupt nicht die Wahl zu manipulieren. Denen ist doch klar, dass die Leute das nicht vergessen haben von 1995. Ja, vor allem, man muss auch sehen, wie die Krim historisch zur Ukraine gekommen ist. Genau, wie viel waren es denn 96% oder wie viel haben sich dafür entschieden, dass sie sich an Russland anschließen wollten? Dieses Ergebnis war vorprogrammiert. Das war klar. Das weißt du dann, wenn du das alte Abstimmungsergebnis kennst aus den 90er Jahren. Und das wird aber komplett verheimlicht. Also es ist natürlich deswegen, es ist mitnichten so, dass Russland die Leute mit vorgehaltener Waffe dazu gezwungen hat, irgendwie ein Kreuz bei Russland zu machen. Das haben die freiwillig gemacht. Die wollten nicht mehr in die Ukraine rein. Und den vielen von denen war ja auch klar, die Ukraine ist ein hochkorrupter Staat. Und Russland hat sich von einem hochkorrupten Staat zu einem Staat entwickelt, der immer weniger Korruption hat. Das ist jetzt immer noch nicht blütenrein und so weiter. Aber wir sind in Deutschland wirklich in einer schlechten Position, die Russen zu kritisieren, weil es bei uns genauso schlimm oder eher schlimmer aussieht. Ja, definitiv. Was die Korruption anbelangt. Was noch dazu kommt, ich hatte es ja gerade schon angedeutet, wenn man sich anguckt, wie die Krim überhaupt ukrainisch geworden ist. Die Krim war ja immer russisch. Die war ja nie Teil der Ukraine, beziehungsweise, da wurde nie die ukrainische Sprache gesprochen, da wurde immer russisch gesprochen. Jedenfalls seit vielen Jahrhunderten. Und dann hat Nikita Khrushchev nach dem Zweiten Weltkrieg quasi als Zeichen der Freundschaft der Völker die Krim von der russischen Sowjetrepublik an die ukrainische Sowjetrepublik verschenkt. Und es ist bis heute unter Historikern umstritten, dass nach sowjetischem Recht in der Form, wie es gemacht wurde, überhaupt rechtens war. Beispielsweise wird da von einigen gesagt, er hätte es eine Volksabstimmung geben müssen, die es nicht gab. Genau. Und die Volksabstimmung, die es ja gegeben hat, also als eigenständiger Staat innerhalb der GUS, die wurde dann von der Ukraine mal eben schnell beiseite gewischt. Und dann sind sie militärisch einmarscht. Also das heißt, die haben sich gewaltsam die Krim gekrallt. Darum geht es. Also die Frage, wer hat sich die Krim gekrallt und wann war das? 1995 Ukraine. So, und das ist, wenn du das einer strengen Zimmermann erzählst, dann wird die dir wahrscheinlich sagen, das stimmt so nicht. Und der Gag ist, das kannst du sogar in der Wikipedia nachlesen. Du musst nur wissen, wir haben eine Sendung dazu gemacht, zu dem Thema. Also Dirk und ich. Und das ist also höchst interessant. Also das sind ja alles so Daten, die wir im Westen gar nicht so kennen. Also ich kenne das auch jetzt seit zwei Jahren oder sowas in der Richtung. Also das sind Daten, die man, aber wenn man findig ist, dann halt auch in der Wikipedia sehen kann. Genauso wie das Thema von Daniele Gansel, das ist ja Gladio, also NATO Stay Behind Armeen oder Behind Einheiten, wie auch immer du es nennen möchtest, das Erz Armeen genannt. Also Leute, die quasi offiziell als Partisan-Armee da auftreten, falls die Russen mal hier im Westen einmarschieren sollten. Ja, also das Thema ist ja abgegrast worden von eben diesem Co-Pilot, den ich am Anfang schon erwähnt habe. Der hat ja davon mal eben 80 Prozent des Artikels gelöscht zum Thema Gladio. Ja, ich glaube, das ist ein gutes Thema. Wenn du bei Gladio jetzt die Doktorarbeit von einem Daniele Gansel zitierst, welche Chancen hast du dann durchzukommen? Und wenn du beispielsweise die Bundeszentrale für politische Bildung zitierst, welche Chancen hast du, wenn du davon was nimmst beispielsweise? Ja, die Frage kannst du schon beantworten. Also auf dem Artikel Gladio ist Co-Pilot aktiv und der tritt ja mal als Platzhirsch auf. Das heißt, er zieht einen Zaun um den Artikel drumherum und lässt keinen anderen rein. Das macht er natürlich, er ist selber ja nur Sichter, er kann das eigentlich nicht machen, aber er exekutiert das dann halt über die Administratoren. Das heißt, er hat dann ja einen guten Draht in die Administratorenriege und wenn du jetzt dazwischen fungst und sagst, der trägt ja hier nur Blödsinn ein, ja, dann wirst du rausgekickt. Egal, ob du recht hast oder nicht. Wir hatten ja den Fall. Also es ging ja um das Massaker von Cartoon. Ist auch ein Artikel, der mehrheitlich von Co-Pilot geschrieben wurde und der ist dann sogar als exzellente Artikel ausgezeichnet worden. Aber wie es der Zufall will, es hat also der, ach, das fällt mir der Name mal nicht an, das ist ein gewisser Herr Urban aus der Süddeutschen Zeitung, ein Journalist gewesen. Selber auch Historiker und hat mit anderen Historikern, mit einer ganzen Riege von Historikern, also da über 100 Fehler nachgewiesen in diesem Artikel. Du glaub doch mal nicht, dass diese ganze Armada von Historikern, gestandenen Leuten, einem Co-Pilot, der irgendwie mal, er ist Musiklehrer und das andere ist halt, also er ist Instrumentallehrer und er hat früher mal irgendwie ein bisschen Theologie gemacht. So. Also, diesem Co-Pilot kannst du doch nicht erzählen, dass er da Fehler gemacht hat. Der ist natürlich über jeden Zweifel erhaben und die ganzen Historiker, die ihn da versuchen zu überreden, endlich mal diese Fehler rauszunehmen, das sind die Blödmänner. Also, wir haben dann Wikipedianer darauf reagiert. Ich meine, das hat ja nicht nur der Co-Pilot mitbekommen. Da gibt es ja auch Administratoren, die davon mitbekommen haben. Ja, es legt sich doch keiner mit dem an, weil er weiß, wenn ich mich mit dem anlege, fliege aus der Wikipedia raus und du willst halt deinen Artikel über die schönsten Bahnhöfe in Deutschland weiterschreiben und du willst halt in deinen Ruhe gelassen werden. Dafür interessiert sich der Co-Pilot ja nicht, aber wehe, 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 du kommst mit ihm in den Clinch. Dann hast du immer die Chance, dass du rausfliegst. Es ist ja ein Vielschreiber. Der schreibt ja Tag und Nacht und dadurch hat er einfach einen Vorteil. Er kann dann sagen, ja, ich habe doch eine Abstimmung gemacht. Ja, wie, war es nachts um drei? Ja, ist doch vollkommen egal. Du bist jetzt raus. Also, ich übertreibe jetzt, aber das geht schon so in die Richtung. Das heißt, der diskutiert dich dann fusselig. Du kannst nichts dagegen machen. Ja, und wie ist das allgemein in der Wikipedia bei so politisch umkämpften Themen? Du hast es gerade anhand vieler Beispiele gezeigt. Da muss es doch irgendwelche Mechanismen geben, die verhindern, dass bestimmte Quellen komplett ausgeschlossen werden. Oder muss es doch irgendwelche Standards geben, die so allgemein vorgeschrieben sind? Welche Quellen sollten Wikipedianer nehmen und welche nicht? Da muss es doch Kriterien geben, die jetzt nicht sagen, die Quelle gut, die Quelle böse. Genau. Also Königsdisziplin wäre, das haben sie auch. Also das geht um, also ich glaube, das Wikiku, ich müsste gucken, also es geht um diese Abkürzung. Ich meine, das heißt Q, auch dann als Abkürzung also für Quelle. Und dann sind also natürlich wissenschaftliche Arbeiten, also dann Peer Review, das ist die höchste Disziplin, ja. Das heißt, du hast einen wissenschaftlichen Artikel in einer wissenschaftlichen Zeitung veröffentlicht und das ist dann der Goldstandard sozusagen. Dann gibt es aber das Ding, das legen die auch immer sehr sportlich aus. Sie unterscheiden zwischen Primärquelle und Sekundärquelle und Herzellquelle. Und Primärquellen sind besser, oder? Gedenkste, die darfst du nämlich gar nicht nehmen als Wikipedianer. Das Problem ist, dass je nach Geistes- oder Naturwissenschaft hat das eine andere Bedeutung. Also, die Primärquelle wäre jetzt bei den Geisteswissenschaftlern, bei den Geschichtlern zum Beispiel, also bei den Historikern, wäre das das Tagebuch der Anne Frank, meinetwegen, ja. Das ist die Primärquelle. Die darfst du als Normalsterblicher gar nicht zitieren, weil du weißt ja nicht, was das da wirklich gewesen ist. Du musst die erstmal in den zeitlichen Kontext setzen. Jetzt brauchen die Wikipedianer also eine Sekundärquelle, das ist nämlich der Historiker, der über die Anne Frank schreibt. Ja. Der Historiker verortet halt das, was sie schreibt, in den zeitlichen Kontext. Drittes Reich zum Beispiel, ne. Und dann darfst du den Historiker zitieren in der Wikipedia. Eine Tertiakquelle wäre dann halt, was ich, ein weiterer Historiker, der, was ich, eine zusammenfassende Arbeit über sämtliche Tagebücher von allen möglichen Leuten macht und dann halt den anderen Historiker zitiert. So was in der Richtung. Das sieht in der Biologie schon ganz anders aus. Meine Primärquelle ist das Objekt, was ich untersuche. Das wäre also quasi das Tagebuch der Anne Frank, habe ich ja nicht, also bei mir ist das halt irgendein Organismus. So das heißt, den untersuche ich. Und dann, aber das ist ja dann, das ist ja nicht die Primärquelle, also die Primärliteratur in der Biologie ist die Veröffentlichung, die du als Biologe machst, in der wissenschaftlichen Zeitung. Das heißt, das, was bei den Historikern die Sekundärquelle ist, ist bei mir die Primärquelle. Verstehst du? Ja. Und das, was dann halt die Tertiakquelle wäre, also dann bei den Historikern, ist bei uns die Sekundärquelle und so weiter. Und das nutzen die sehr virtuos, um undiebsange Quellen loszuwerden. Das ist mir auch schon aufgefallen. Wo du sagst, ey Leute, wir sind hier in der Naturwissenschaft, das, was ihr erzählt habt, ist totaler Mumpitz. Also dann bringst du halt, dann bringst du eine wissenschaftliche Arbeit, zum Beispiel, was ich über Covid-19 oder sowas in die Richtung, und dann sagen die, nee, das wollen wir nicht haben. Das ist eine Primärquelle. Du sagst dann mal, habt ihr noch alle Latten am Zaun? Das ist doch der Goldstandard, den ihr haben wollt. Nein, nein, wir dürfen keine Primärquellen. Ja, drauf geschissen. Genau. Das ist, so wird es gemacht. In Sozialwissenschaften verstehe ich das ehrlich gesagt nicht, wieso man da eine Sekundärquelle braucht. Also eigentlich, wenn man ein Originaldokument hat von irgendeinem, von irgendeiner geheimen Operation, nehmen wir Gladio, da wäre die doch besser, als wenn irgendein Historiker dann etwas darüber schreibt. Oder sehe ich das falsch? Ja, dann kannst du das wunderbar beeinflussen. Also wenn da das Dokument draußen ist, also das Memo der CIA, das sie jetzt alle Leute als Verschwörungstheoretiker bezeichnen sollen, im Zuge der Warren-Kommission bei JFK, bei dem JFK-Ampfer, das weißt du ja, dann ist das die Primärquelle. Dann kannst du sagen, hier, guck mal, ihr habt ja den Beweis. Die CIA hat das gesagt. Und dann sagt die Wikipedia, ja, Schnurzeputz, das ist aber eine Primärquelle, die wollen wir nicht haben. Dann ziehen die irgendeinen Historiker raus, also vielleicht dann, wie heißt denn immer, Markus Linden heißt doch, glaube ich, einer. Das ist kein Historiker. Was ist er denn? Das ist ein Politikwissenschaftler, der für kümleare Thinktanks schreibt und beispielsweise die Nachdenkseiten diffamiert hat. Genau, richtig. Aber den ziehen sie ja immer raus. Also ich denke, der wird dann auch quasi als sekundärquelle zugelassen sein. Und der schreibt dann vielleicht irgendwas über dieses Teil. Und das hast du ja schon gesagt, wer das ist. Nämlich, das ist nämlich jemand, der dezidiert nur in eine bestimmte politische Richtung schreibt. Das heißt, der ist absolut gefärbt. Das ist jemand, also ich persönlich ordne den als Auftragsschreiber ein. Das wird er wahrscheinlich selber ganz anders sehen. Aber das ist ja sowas von auffällig. Das ist ja nicht objektiv, was er da macht. Das heißt also, das geht immer nur in eine einzige Richtung. Alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, das sind Nazis, rechts, rechts, rechts und Verschwörungstheoretiker in so einer anderen Richtung. So, also, so jemanden ziehen die dann raus. Dann sagen sie halt, okay, das ist jetzt die richtige Sekundärquelle und die schätzt jetzt meinetwegen ein, ich spinne jetzt ein bisschen zurecht, weil ich nicht weiß, ob das der Markus Linn geschrieben hat. Aber diese Art von Typen findest du überall. Und dann schreibt er vielleicht, ja, aber dieses CIA-Memo ist doch gar nicht echt oder da gibt es dann Zweifel dran und Historiker und sowas. Also die haben doch dann schon andere Quellen ausfindig gemacht und das stimmt doch gar nicht so ungefähr. Und dann kannst du das in der Wikipedia wunderbar transportieren und so färbst du einen Artikel, wo jeder normalbegabte Mensch sagen würde, habt ihr alle Latten am Zaun? Das ist sowas von evident nachgewiesen. Da brauchen wir jetzt, was erzählen die da? Das ist ja genau dieser Gag dieses Expertentums. Deswegen führen sie es ja ein. Das ist Pseudowissenschaft, was ich am Anfang sagte. Das heißt, es sind Wissenschaftler, die verdingen sich der Politik und das, was sie machen, sie schaffen kein Wissen, sondern sie schaffen Desinformation. Also das Gegenteil von dem, was sie eigentlich tun sollen. Das läuft jeglichen Berufsethos zuwider, aber ja, wahrscheinlich geht es einfach nur um die schlöten Mamm und ums Geld. Also kann man insgesamt sagen, offizielle Quellen beziehungsweise Quellen, die dem offiziellen Narrativ folgen, die werden bei der Wikipedia akzeptiert und Quellen, die dem nicht folgen, die sind eher raus, vor allem, wenn du deine üblichen Verdächtigen unter den Schreibern hast. Genau, richtig. Es gibt ein paar Artikel, also irgendwelche Artikel, die jetzt wahrscheinlich nicht relevant sind, weil es irgendwelche Randthemen sind, für die sich kein Mensch interessiert. Aber vielleicht hast du jetzt irgendwie in zwei Jahren eine Krise, wo diese Artikel höchst relevant werden. Zack, springen da die üblichen Verdächtigen rein in die Artikel, säubern die Artikel und die sind vorher vielleicht richtig gut bequellt und dann werden auf einmal die ganzen Quellen alle rausgelöscht. Das war ja so, also Dirk hat das ja genau bei Gladio so erlebt. Also das heißt, er hat ja den Gladio Artikel von 2012 oder wann das war, hat er dann genommen für seine eigenen Recherchen und er sagt, das ist ein super guter Artikel, dann kannst du super, super gut mitarbeiten. Wir kennen ja denjenigen, der da eingetragen hat, das waren wie Wikipedianer und der ist dann also außer Wikipedia rausgekickt worden und all das, was er eingetragen hat in mühsamer Sisyphusarbeit, also wie gesagt 100.000 Buchstaben insgesamt, davon sind 80.000 Buchstaben mal so eben gelöscht, 80 Prozent und dann wird das Wissen fragmentiert, darum geht es ja auch, also das ist so, ist so schon fast Geheimdienstarbeit, du willst, also du hast was in einer Bibliothek stehen, aber dann damit es keiner findet, dann packst du das Buch oder den Ordner packst du halt unter einem komplett falschen, unter einer komplett falschen Kennung irgendwo ins falsche Fach rein und nur du weißt, wo dieser Ordner steht. Nicht in der Versionsgeschichte dann und die guckt sich keiner an, außer vielleicht ihr in eurem Format. Wer kennt die Versionsgeschichte? Frag mal in deinem Bekanntenkreis rum, du wirst auf einen einstelligen Prozentbereichssatz kommen. Ich würde sagen niedriger, die guckt sich so gut wie keiner an, der nicht wirklich... Die Frage muss lauten, kennst du die Versionsgeschichte, weißt du was das ist und guckst du sie an, das ist die nächste Frage. Aber die Frage ist halt, wer kennt das? Ein paar kennen das schon, aber die guckt sich keine Sau an. Ja, selbst wenn du sie kennst, ist das ein riesen Extraaufwand. Das heißt, wenn du den kurzen Überblick verschaffen willst, dann, da kam keiner die Versionsgeschichte raus. Die kramt wirklich nur raus, wer tief recherchieren muss und das ist vielleicht, also ist jetzt eine Schätzung von mir, einer von zehntausend Leuten, der auf Wikipedia geht, das wird kein normaler Leser machen und darum geht es ja. Kann ich ja mal Werbung machen, also gucken Sie auf www.wikihausen.de, gucken Sie da mal auf unseren Videoblog und wir haben tatsächlich, also auch gerade wenn es um solche Sachen geht, wie Gladio, das ist jetzt eine unserer einstelligen Sendungen gewesen, glaube ich, das war die Nummer 6 oder so, Nummer 5, 6 oder 80% vom Artikel Gladio gelöscht, also eine von den Sendungen muss es gewesen sein. Diese Sendung arbeitet ja auch auf, wie man halt mit welchen Tools man in der Wikipedia arbeiten kann, um das zu erkennen, was da gelöscht wurde. Also diese ganzen Statistik-Tools, das gibt die Wikipedia selbst an die Hand. Da brauche ich, da brauche ich nicht von außen irgendwie noch irgendwelche Sachen, das kann ich alles mit den Wikipedia-eigenen Tools machen. Das heißt, ich gucke in die Versionsgeschichte rein, es gibt ein Statistik-Tool, was mir zeigt, über die Zeit, wie groß dieser Artikel war, wie viele Leute daran geschrieben haben, wann am meisten eingetragen wurde und sowas und daran kann ich immer erkennen, ab wann dieser Artikel manipuliert wird. Und dann würde ich zum Beispiel bei Gladio, würde ich dann halt gucken und spulen und schauen, wie, also wo halt diese Manipulationen auftraten. Warte mal, ich schaue mal ganz kurz, als ob ich das eventuell einfach mal aufrufe und dann können wir mal schauen. Soll ich den Bildschirm freigeben oder? Ja, aber geht noch nicht. Also ich muss erst mal gucken, wenn wir schon darüber sprechen, machen wir es einfach live. Okay, ja, dann, ja, ich meine, dann kann ich ja, glaube ich, ganz kurz sagen, was ich hier mehr oder weniger abgefragt habe. Wer es vielleicht gemerkt hat, das sind mehr oder weniger, so gut sich das auf die Wikipedia anwenden ließ, die Filter des Propagandamodells. Also manche von euch kennen das vielleicht, das ist von Chomsky und Herman. Erstens, die Eigentumsverhältnisse der Medien. Zweitens, Einnahmenquellen der Medien. Okay, das sind jetzt bei Wikipedia größtenteils, beziehungsweise bei Wikimedia größtenteils Spenden. Drittens, hauptsächliche Verwendung offizieller Quellen. Viertens, FLAC, also solche organisierten Aktionen von hier einzelnen Gruppen, wir hatten es immer wieder anklingen lassen, Skeptiker und Antideutsche in der deutschen Wikipedia tatsächlich. Und fünftens, eine alles beherrschende Ideologie und das ist mehr oder weniger dieser westliche Liberalismus, der hier gerade an der Macht ist. Ich weiß nicht, wie man das am besten umschreiben kann, den herrschenden Zeitgeist halt und das hat man in jeder Gesellschaft, dass der mehr oder weniger alles in ein gewisses Overtone-Fenster zwingt. Das ist jetzt keine Besonderheit an der Wikipedia, aber das ist auch noch ein ziemlich wichtiger Filter, dass Meinungen, die eher abseits des gesellschaftlich Sagbaren sind, dass die sowieso ausgefiltert werden, weil viele Leute sagen, das klingt ja ziemlich absurd, habe ich ja vorher nicht so gehört, aber das ist in jeder Gesellschaft so. Das ist aber auch noch einer dieser fünf Filter. Also für diejenigen, die das gerade gemerkt haben, wie ich meine Fragen hier strukturiert habe. Ja, jetzt ist die Frage, wieso lässt sich auf ein Projekt wie Wikipedia, was eigentlich gemeinnützig ist, was von sich behauptet, es wolle die freie Informationsfindung der Öffentlichkeit sicherstellen und da könne jeder reinschreiben, der wolle, wieso lassen sich hier diese Propagandafilter, die ja eigentlich für privatwirtschaftliche Medien konzipiert wurden, wieso lassen die sich hier so gut anwenden? Naja, die Frage ist halt, warum lassen das die Leute mit sich machen? Die sind darauf trainiert, könnte man fast sagen, oder konditioniert, das ist das richtige Wort. Also normalerweise müssten die aufschreien und sagen, das läuft ja bei Mann gar nicht, aber sie merken es ja noch nicht mal, dass sie manipuliert werden. Das unterscheidet sich ja auch von der DDR. Also wenn du da irgendwie im Tal der Ahnungslosen warst, irgendwo da hinter Leipzig oder hinter Dresden da irgendwie Richtung Osten, selbst die wussten ja, dass sie vielleicht nicht der jungen Freiheit glauben sollten und vielleicht nicht DDR1 und DDR2 fern sind. Also das heißt, denen war das klar, aber den Leuten hier im Westen ist das nicht klar. Die bekommen ständig den Schwarzen Kanal präsentiert und merken es noch nicht mal, weil der einfach besser präsentiert wird, der wird besser verpackt. Wie sagte Bodo Schickentanz, er ist ja Grafiker bei Dreisat gewesen, er meinte, er sei Verpackungskünstler. Mehr macht er nicht. Das ist nicht, das ist also, er sprach immer von Douglas, das ist wie bei Douglas, kein Inhalt, aber tolle Verpackung. So, und das ist der Punkt. Ja. Gut, das ist die Sendung, das ist übrigens, also die Sendung Nummer 5 von Vicky Hausen, das machen wir mal groß, die Geschichte. und wenn wir uns jetzt mal, das ist also die Stelle jetzt bei 4,20, ich brauche einfach nur Vorsteppen, achte mal auf den Bildschirm im Hintergrund, da sehen wir gerade also den Otto-Motor, wir sehen also diese gelbe Kurve, das ist die Größe des Artikels, also wie viele tausend Buchstaben da im Artikel drin sind und diese blauen, grünen und roten Balken sind halt diese Einträge, da steht halt, wer was eingetragen hat und dann kann man auch sehen, also je höher die Balken sind, desto mehr wurde zu einem gewissen Zeitpunkt eingetragen. Das ist erstmal ganz stumpf, so. Und das Ganze ist halt dieses x-tools, wfmlabs.org, artikelinfo.de, wikipedia.org, Otto-Motor zum Beispiel. So, jetzt gehe ich mal weiter und dann erkläre ich halt, wie es zum Beispiel für Frankreich aussieht, das sieht man auch, also über die Jahre, das Ganze, der Artikel zu Frankreich wurde 2002 angelegt und über die Jahre steigert sich das immer weiter. Und obwohl wenig Artikeleinträge waren in den Jahren 2009 bis 2012, ist also da wirklich einen Riesensprung zu verzeichnen, gerade im Jahr 2010 da, das kann man sehen. Diese orangene Kurve steigt ganz stark nach oben. Erkennt ihr das? Ja, sieht man. Jetzt gucken wir mal weiter. Es gibt also haufenweise Beispiele, auch Israel, genau das Gleiche. 2014 gab es da einen kleinen Sprung, da kann man aber auch sehen, da hat jemand fleißig eingetragen für Israel. Und das ist jetzt der Artikel zu Gladio, was ich sagte. Das ist also, 2012 war das ein super guter Artikel, da sind richtig viele Informationen drin gewesen, der hatte wirklich 100.000 Buchstaben. Und 2008, das kann ich sagen, also von 2008 bis 2012 hat also unser Bekannter da eingetragen und hat also ganz, ganz viele Informationen zusammengetragen. Der war also wirklich fleißig, also der hat sich also wirklich als Hobbyhistoriker da bewegt. So und plötzlich, ab 2013 da, greift Co-Pilot ein und da siehst du halt, in welcher Windeseile dieser Artikel Richtung 20.000 Buchstaben geht. Das ist keine Sammeln, das ist kein Sammeln von Wissen, das ist Wissensvernichtung. Es geht, also für die von euch, die das, beziehungsweise ihr seht es ja gerade alle, das ist ja schon ziemlich krass, wie deutlich das dann plötzlich runtergeht. Ja klar. Und ich habe das jetzt auch noch dahinter. Ich muss mal gucken, irgendwo komme ich dann halt, genau, also der Pfeil zeigt jetzt halt, wo die Stelle ist. Dann, also auf 20.000 Buchstaben geht er. Jetzt muss ich mal gucken, das kommt Dirk und sagt, das kann ja wohl nicht sein. Nein, doch A. Ich bitte, das war das, was er gerade gesagt hat. Und jetzt kann man hier sehen, wo das passiert. Und dann siehst du halt, zum Beispiel am 9. Januar 2014 um 12.07 minus 1242 Buchstaben. Dann das gleiche nochmal am 27. März minus 2447 Buchstaben. Dann am 27. März nochmal minus 6.644 Buchstaben. Das geht immer so weiter. Das heißt, du findest dann reihenweise Belege hier. Du findest reihenweise Belege, wo er halt massenweise an Buchstaben rauskürzt. Und das macht er immer mit irgendwelchen sehr euphemistischen Beschreibungen. Also ich habe einen Pfeil darauf gezeigt, da sieht man hier der rote Pfeil. Den Teil Italien entredundant gestrafft, was ohne belegten Bezug zu Gladio ist und eigene Artikel hat, raus. Das heißt, er kürzt raus und schmeißt alles weg, von dem er behauptet, dass das überhaupt nichts mit Gladio zu tun hat. Hat es natürlich doch. Ja? Es sind auch viele wichtige Detailinformationen drin gewesen. Das war ein sehr, sehr guter Artikel. Also das heißt, wer heute diesen Artikel Gladio aufruft, bitte nehmen Sie die Version von 2012. Und zwar bevor Copilot anfängt zu löschen im Jahr 2014. Ja? Kann ich nur sagen. Und das geht ja so weiter. Der hat ja noch so einen Riesenblock von Buchstaben da weg. Muss ich mal gucken. Verschwinden dann auch Quellen? Oder... Ja klar. Der löscht ganze Textabschnitte raus inklusive der Quellen. Hier siehst du es nochmal. Also hier 7807 Buchstaben. Minus 4028 Buchstaben. Das geht immer fröhlich so weiter. Ich meine, ich kenne das selbst, wenn man Wikipedia selbst nicht als Quelle verwendet, schaut man sich ja trotzdem Wikipedia-Artikel an, weil da häufig ganz interessante Quellen drunter stehen, die man dann verwenden will. Und wenn die dann auch weg sind und da sehr interessante Arbeiten drunter waren, dann ist das ja schon ein großes Problem für alle, die sich zu diesem Thema tief ergeht, informieren wollen und die eben nicht auf die Idee kommen, mal in die Versionsgeschichte zu schauen. Ja, also wir hatten ja den Fall bei der Anlage 1391. Jetzt gleich schwebt hier wieder von einigen Leuten das Wort Antisemitismus im Raum, weil Dirk und ich doch der Meinung sind, dass Folter vielleicht nicht zu den Geflogenheiten des zivilisierten Zusammenlebens gehört. Und wenn man halt so eine Folter-Einrichtung aufmacht, Anlage 1391 in Israel, dann ist das vielleicht nicht das, was man unter einem zivilisierten Staat verstehen sollte. Das heißt also, da werden Leute in kleinsten Zellen so zweimal einen Meter oder zweimal zwei Meter, was die da sind, werden die gehalten. Die haben kein fließend Wasser. Sie haben nur einen Eimer, wo sie ihren Notduft verrichten können. Die Wände sind mit Fäkalien beschmiert, sind schwarz. Es gibt eine Klimaanlage. Du wirst bei heißem Wetter wird die Klimaanlage hochgedreht, dass du noch heißeren Raum hast. Bei kaltem Wetter wird sie runtergedreht, dass du noch kälteren Raum hast. Du hast immer so Schummerlicht, dass du eigentlich nicht genau gucken kannst. Du kannst die Hand gerade so mal vor Augen irgendwie so sehen. Dann wirst du ab und zu mal rausgeholt. nackt ausgezogen, ausgepeitscht, was auch immer, gefoltert. Und du darfst dann wahlweise von jemandem mit Stock oder von irgend so einem Offizier vergewaltigt werden. Anal. Viel Spaß. Das ist das, was da stattfindet. Und es gibt Leute, die behaupten, schlechterdings, das würde nicht stattfinden. Obwohl das durch den Guardian gelaufen ist, durch die Taz, durch den Spiegel, durch alle großen, also BBC hat auch berichtet, also alle großen Medien haben darüber berichtet. Aber dann gibt es da so jemanden wie diesen Felix zum Beispiel, der schreibt dann diesen Artikel um auf drei Sterne Hotel. Ja, es ist ein bisschen salopp von uns formuliert, aber also die Fragestellung, die ursprünglich im Vordergrund stand, was soll das mit der Folter, was ist da, ist ja unglaublich. Das steht nicht mehr im Vordergrund, sondern jetzt steht die Frage im Raum, dass auch noch mal die Leute ab und zu mal nach Hause können und dass die noch ein bisschen Heimaturlaub bekommen und solche Geschichten. Und es wäre ja gar nicht so genau, also wo jetzt diese Anlage genau wäre und das wäre ja gar nicht so genau geklärt und vielleicht ist die ja gar nicht mehr existent. So, das heißt also, das hat also Felix ein Zusammenspiel mit anderen Leuten gemacht und da sieht man halt, in welche Richtung das gehen soll. Und wir wissen ja inzwischen, dass Felix Jörg-Matthias-Claudus-Grünewald ist, der nicht enttarnt werden wollte, aber haben wir ja gemacht. Und wir haben rausgefunden, dass das ein jemand ist, der also zu 100 Prozent im Sinne der israelischen Regierung schreibt. Aber in Deutschland, das hatte ich ja glaube ich letztes Mal schon gefragt, da ist noch nicht nachweisbar, dass irgendjemand dieser Schreiber bezahlt werden würde, sondern das sind nur Vermutungen hier in Deutschland. Ja genau, also die Vermutung steht natürlich bei allen möglichen Leuten im Raum. Ich hätte ja selber gesagt, also dass ich das bei solchen Leuten wie Co-Pilot oder so ausschließe. Das ist also jetzt nur mein Bauchgefühl dabei, dass ich einfach sage, also der Typ macht das freiwillig. Ist wahrscheinlich der kostengünstigste Propagandist des transatlantischen Bündnisses ever. In Amerika ist es anders, da hat ja die Helen Möneski zusammengetragen, also auch Ergebnisse, die sie jetzt nicht selber erwirtschaftet hat, aber der hat das zusammengetragen, reichlich. Da geht es halt um Leute, die halt auch bei den drei Buchstabenorganisationen arbeiten. Also das ist dann, ja, also eigentlich, ich glaube, das hat glaube ich FBI auch mit drin gehabt, dann hat sie die CIA mit drin gehabt, das ist ja wirklich alles dabei. Ich kann mal gucken, das ist dann Free21, das ist die Zeitung von Dirk. Die haben auch einen YouTube-Kanal, die kenne ich. Das ist, also wenn wir von den Nachdenkseiten reden, also eigentlich so Nachdenkseiten, na wobei, also die sind sehr gut, aber Free21 ist nochmal was die Tiefe der Artikel anbelangt, nochmal ein deutlich besser und Dirk hat ja, das ist ja Dirks Verdienst, dass er das hinbekommen hat, dass in Free21 also auch Artikel erscheinen, die du sonst im Deutschen gar nicht lesen würdest, weil die halt, die kommen aus dem Englischen, aus dem Spanischen irgendwie so rüber. Das ist schon sehr, sehr interessant, was da geschrieben wird und jetzt muss ich nur noch ganz kurz gucken, der Artikel heißt Rotten to the Core, aber ich gebe mal am liebsten Helen Benisky ein, weil sie haben auch den Artikel, ähm, sie haben auch den Artikel umgenannt und die ist ja schon ein Sumpf aus üblen Machenschaften. Ich glaube, den Artikel kannst du mir schicken, den verlinke ich dann in der Videobeschreibung, dass die Zuschauer den auch finden. Den schicke ich dir gleich parallel und ich kann jetzt auch gleich zeigen, warte mal, gibt es denn hier einen Chat, da ist der Chat, da kannst du es dir gleich rauskopieren und da gibt es also drei Teile von und ich zeige mal jetzt hier den den ersten Teil oder nee, gar nicht, ich gehe einfach mal hier auf das Blatt so und dann mache ich mal wieder den Bildschirm frei, Bildschirm freigeben und da ist er, freigeben. Genau, im Original Rotten to the Core von Helen Benisky und das ist halt so viel Stoff, was sie in einem Artikel verpackt hat, ähm, es gab dazu auch ein hervorragendes Interview bei RT, allerdings nicht RT Deutsch, sondern bei RT, komm, also bei den USA, müsste man jetzt mal gucken, ob man das noch findet, das ist ja inzwischen bei uns hier alles irgendwie zensiert, dass man das nicht zeigen kann, aber das auf jeden Fall hat sie ein sehr gutes Interview zugegeben und auch beschrieben, wie und in welcher Form in den USA zum Beispiel die, die persönlichen Seiten von den zukünftigen Präsidentschaftskandidaten und sowas frisiert werden, also das ist sehr ausschlussreich. Ja, ja, dann bedanke ich mich, dass wir über Wikipedia geredet haben und, ja, war ein interessantes Gespräch. Schaut gerne bei deinem Kanal vorbei, du machst heute Abend noch eine Sendung auf Geschichten aus Vickyhausen. Ich glaube ja, also vielleicht alleine, ich weiß noch nicht, ob Dirk heute Zeit findet. Er hat mir gerade geschrieben, dass er unbedingt noch was für V21 schreiben muss und da gibt es ja feste Zeiten und ich war jetzt letzte Woche krank, deswegen hängen wir ein bisschen nach mit der Aufzeichnung. Aber wir können uns ja auch gerne noch, jetzt gerade nochmal schnell unterhalten, über ob du Männlein oder Weiblein bist und hast du jetzt dir dann deinen Pronomen ausgesprochen.